So, guten Morgen, willkommen zurück zu DSN 2 auf Inseln. Allerdings mit einer kleinen Änderung, und zwar in das Green Resolution. Ja, wir spielen jetzt auf 2.560 mal 1.440, weil Hong hat sich gedacht, hey, ich hab so viel Geld, ich weiß gar nicht wohin damit, und niemand will's haben. Glauben wir doch einen neuen Monitor für 600 Euro. Das ist übrigens ein guter Moment, um darauf hinzuweisen, dass auf meiner Internetseite meine Adresse ist, wenn mir jemand Geld schicken will. Ich hab auch einen Paypal-Account, ne, also, wenn ihr zufällig auch zu viel Geld habt, schenkt's mir. Ich find schon eine Möglichkeit, das auszugeben, und ich hab keine Ahnung, wo ich zuerst gespeichert hab, und es ist alles so... Was da? Level 5, 10. Ich glaub, hier bin ich richtig. Nein, 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 hier bin ich definitiv falsch. Und bin ich der Einzige, der es zieht, dass hier keine Karte gezeichnet wird? Hey, was macht man bei der Karte? Was soll der Mist? Du hast so hohe Auflösung, man kann deine Karte nicht mehr sehen. Das ist jetzt nicht lustig. Jungs. Was soll denn der Mist? Hey, da sind wir Heimgang. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich bleib mal schön im Feuer stehen, da ist es nämlich schön warm. Da war irgendeine Tür. Und ich kann's erst... ...daulicherweise sogar flüssig damit aufnehmen. Also, ich hab jetzt nicht mehr ganz so viele... ...Frames wie davor. Also, nicht mehr permanent 60 oder fast permanent 60, sondern nur noch... Und so, lass mal ne Karte! Du weißt, sowas macht man keine Witze, Jungs! Ich muss da mal kurz nachschauen, was da los ist. Ähm... Hm-hm. Vielleicht die Brightness ist auch noch ein wenig erhöht. Uh, jetzt bin ich irgendwie rausgeflogen. Aber nun auch immer. Titeloption. Ähm... Ja. Ach, richtig. Ich kann ja die Grafikoption nicht ändern im... ...mit Aufnahme. Und warum? Ich kann die Karte mehr! Das ist doch... Das ist jetzt leicht scheiße. Ach, das ist doch jetzt nicht... Euer Ernst! Soll ich das jetzt ohne Karte schaffen, oder was? Toll! Das kann doch... Das wird doch so nix. Hallo, Karte! Ah, toll! Mein Ernsthaft! Das wird doch noch nix. Habe ich jetzt vielleicht ne Karte? Rassismus! Gib mir mal ne Karte! So ein... So ein... Neu... Brightness... So, ja... Also, wir haben festgestellt, bei der Screener Solution... ...1.920 x 1.080 geht problemlos und... Was ist das denn für ne Auflösung? Wo kommt die denn jetzt her? Ja, 1.920 x 1.020 geht auch noch. Ab 1.920 x 1.040 geht's nicht mehr. Und ich könnte mal die ausprobieren. Ob's da auch mit geht? Wenn nicht, dann liegt's wirklich an der Höhe. Ich teste mir doch kurz die Auflösung und dann bin ich gleich wieder da. So, kurz getestet und ja... Die Auflösung G, das liegt also nicht an der Höhe. Sondern scheinbar einfach die Auflösung zu hoch einfach. Ja, ich werd dann mal den Entwickler anschreiben. Äh, so den scheiß Bug fitzen, fitzen, mhm. Voll der Noob ist, würde ich ihm auch sagen. Und ich hab übrigens, bevor ich's jetzt vergesse... Äh, da unten sieht man's. Ist auf Direct2X wie bei 057.2 noch schnell geaktualisiert. Äh, hat auch nichts gebracht. Ich muss mal kurz was gucken. So, nun aber. Hoffe ich. Moment. Nicht, dass ich wieder zurückgestellt hab. Ich vergesse es immer wieder. Nicht Escape drücken, wenn man mit Aufnahme in den Optionen ist. Ja, Helligkeit noch ein bisschen erhöht, weil das war recht dunkel im Video. Ich weiß nicht, wie das jetzt kommt. Äh, hat das Schnellenergie mitgenommen? Und ich würd sagen, wir spielen heute einfach mal komplett ohne Map. Wer braucht schon ne Karte? Ich flieg einfach dahin, wo die Schüsse herkommen. Ist doch ganz einfach. Also dahin flieg ich. Besser nicht. Oh, ich hab vorhin mal auf Testweise, um zu testen und so, ne. Die Auflösung und Aufnahme Möglichkeiten, weil... Könnte sein, dass es mit der Auflösung nicht mehr flüssig läuft. Und ja. Wie ich schon wieder abgehe. Wie ich abgehe. Äh. Und jetzt macht er nix. Naja. Doch, er tötet mich. Ich hab nicht gespeichert, ne. Ich schlauer Hund. Ich bin ein schlauer Hund. Und ja. Es ist so lustig. Die Kugeln, die fliegen so langsam. Und die Gegner. Ach, herrlich. Ich würd's am liebsten gleich nochmal neu. Besser hätte ich nicht mehr speichern können. Und erstaunlicherweise bin ich nicht mal getroffen worden. Ja, ich hab 88 Schildenergie. Ich hab Nazi Schildener. Neck mich. Also wie gesagt, ich werd mal den Entwickler anschreiben. Und immer sagen, ey, fix für den Bug, Alter. Von der Noob-Bug, ey. Ist von der Noob-Programmierer, ey. Spassi. Lern mal programmieren, ja. Ich hab das viel besser gemacht, wenn ich's gemacht hätte. Ich hab's nicht gemacht, ne. Weil das nur Idioten machen. Sprengen wir schon mal. Red at Destiny. Nein, echt. Was du nicht sagst. Ich schau mal auf meine Karte. Ob ich denn da richtig flieg. Ähm. Ähm. ARK! Har. Aber die Auflösung ist schon geil, also. Leider. Hab ich nicht genug Platz in meinen. Ob Gott, da ist schon wieder so ein Spawner. Hey, da sind wir Heimbahnen. Hey, komm ich da um den Spawner rum? Also wie gesagt, ich werd das einfach mal so auf gut Glück aufnehmen. Okay, noch oben ist das Tor. Solder Rassismus. Lass mir dieses Tor öffnen. Sesam, öffne dich. Sollte das funktionieren. Dann funktioniert das nicht. Tor kaputt. Toll. Oh, den verzeichne ich gleich mal auf. Hey, Moment. Ich sehe Umrisse. Jetzt nicht mehr. Schöne ist, man sieht es auch in der Aufnahme nicht. Also die Karte. Das heißt, so wie ihr die Karte nicht seht, sehe ich sie auch nicht. Oh Gott. Ah, wir sind ja zwei. Okay, da hilft mir die. Du, was nicht das Opfer, das ich haben wollte. Aber ich nehm's dankbar an. Oh, den. Da, sagt das doch gleich. Den eliminere ich lieber auch mal so, wenn ich ihn mal treffen würde. Weil, das ist doch mit Gauss sehr viel angenehmer. Hallo, kleiner. Kleiner. Oh mein Gott. Werde jetzt bloß nicht aktiv, du scheiß Spawner. Das verbiete ich dir. Verboten. Oh Gott. Kommt die denn schon da alle her. Ist doch verboten, mich anzugreifen. Das ist das scheiße Spawner. Wie vielfältig, wenn ich dahinter geflogen bin. Ja, das bin ich tot. Toll. Kommen die Arschlöcher denn alle her. Ich hab die Vulcan selektiert. Bin ich schlau oder was? Ja, noch mehr Gegner. Sorgt auch noch ein Spawner? Da fühle ich immer so böse Sachen. Honk. Ein Let's sterb. Krieg da mal weg, Jungs. Ich wähle immer wieder die Vulcan aus. Ich mag die Vulcan. Sie erinnert mich an friedliche Zeiten. Als diese in zwei auf den Insel noch einfach war. Keine Ahnung, wann das war, aber... Definitiv gab's diese Zeit. Nein. Ja, er kommt runter und schießt sofort. Wie wär's, wenn du mich erst mal siehst? Arschloch. Ja, echt, ne? Da gibt's keinen, ähm... Ich muss erst mal schauen. Nein, da gibt's nur. Ich muss schießen! Schießen! Ich hab Schissbefehl, ey. Schussbefehl. Hei, hei, hei. Da ist Level 15 von... Ich hab's schon wieder vergessen. 24. Ohne Addung gerechnet. So, wo will ich jetzt lang? Ich hab keinen Goodport und ich hab keine Karte. Ey. So hab ich mir das vorgestellt. Blue Address, denit. Das wird später eine Sucherei werden. Ist ja noch einer. Und da ist noch ein großer Etwas. Hat sie da jetzt geöffnet? Oh, Gott. Oh, ist das hell. Ach, ja. Das war ja klar. Das war so hell. Der Bildschirm ist irgendwie deutlich heller. Also... Aufnahme lustigerweise deutlich dunkler. Bitte stören! Ich mach mir das Licht hier aus. Ach. Oh, die hat so gut funktioniert. Jetzt wieder gar nicht. Ich kenn nur Extreme, also. So ein Mittelding oder so, das kennt man gar nicht. Mittel, das ist... Ach, leck mich. Aber erstaunlicherweise läuft die Aufnahme völlig flüssig. Hätte ich nicht erwartet, also. Auf der Auflösung vor allem. Wir sterben. Wir auch. Seid ihr tot? Hey, ist ja tot. Ihr seid doch tot, oder? Seid bitte tot. Oh, das ist so ein kleiner Lila, ne? Blauer. Daemon hat man gemeint, die kommen später nicht mehr. Daemon, fick dich ins Knie. Aber der guckt's ja gar nicht. Er will's ja blind spielen, wenn er's spielt. Äh. Er schafft das eh nie. Moment doch, er spiele nur auf Ace-Nood. Er ist halt so ein Ace-Noodner. Eine Kindergarten-Schwierigkeitsstufe für einen Kindergarten-Spieler. Und ich hab weiße Lidien, wenn ich mich ganz schnell drehe. Äh. Es leuchtet. Aber wo ist der tieferes Sinn dahinter? Ah, okay. Mhm. Nein. Aber die Gauss hätte ich schon gerne. So, wo war jetzt der Durchgang? Ah. Da war er. Dann nehm ich die Gauss. Auf dem stelle ich die Gauss. Die Gauss. Den ganzen Gauss vielleicht. Ja, aber doch nicht die Gauss. Ich glaub, wenn ich Inside-Durchlauf spiele, ist es nochmal. Auf Rookie. Ah. Freund. Zeig mir, du schl- Finding-Glocki. Ich hab zwar keine Karte, aber ich hab nen Goid-Bot. Das ist de facto genauso gut. Ich hätte gerne mal nen Radar. Oh, Mann. Oder besser gleich zwei. Also irgendwas, mit dem ich den Gegner finden kann. Toll, der kauft sich für 16 Euro einen neuen Monitor, weil er so viel Geld hat. Denkt sich, hey, du tue ich noch mal nen Fans, wo was Gutes ist, ne? Also, Delphine und Dämon und Erz-Konservativ. Und, äh, gut, Erz-Konservativ schaut dieses Video wahrscheinlich nicht. Der schaut mehr so CNC. Der wird dann also wahrscheinlich für 2000 gefallen. Ich will wieder voll rein! Ja, das muss so sein! Weißt du, was du kannst, ne? Kann ich schon lang. Ha, ha, ha. Na, Kleiner? Hast du gesehen, wie das geht? Von mir kannst du was lernen, Opa. Was muss ich da... Was? Ich muss da jetzt ra... Ich bin hier im Kreis geflogen? Moment, lass mich raten. Ich hätte es irgendwie erwartet, dass da so scheiße, äh, mehr Curry-Flieger kommen. Aber wollen scheinbar nicht. Oh, ich hab doch die falsche Waffe ausgewählt. Ich würde doch nicht mal eine ganz gute Munition verfeuern. Aber ich würde... Ah! Hallo! Nein, ich sterbe nicht. Nach Busch! Ich glaube, Toner hat hinten noch ein anderer angezogen. Du bist gar nicht zur Party eingeladen. Aber triffst mich noch, ne? Warum auch nicht? Hab ich mich jetzt endlich mal getötet? Jetzt. Das sind aber auch hartnäckige... Wo kommt der denn jetzt her? Och, Moment, oh. Boah, ich dachte, ich kriege ihn hin. Aber dann... Das ist die hohe Auflösung, also... In den Augen sind sie unglaublich hohe Auflösungen nicht gewohnt. Hey, ich hab ein extra Leben bekommen. Das hat mich nur ein Leben gekostet. Ja, das sind diese unglaublich hohe Auflösungen nicht gewohnt, weil... Realität hat nicht so eine hohe Auflösung, ne? Und bei all dem Monitor schon zweimal nicht. Wo ist der Haken an der Sache? Kein Haken? Oh, ich hab nur keine Ahnung. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas. So von wegen, Tor geht auf, zwei Milliarden Gegner. Ich würde sagen, ich flieg mal rein und schau nach, was die Karte sagt, ne? Aber, die Karte ist recht Wodka-Karte heute. Hm. Was zur Hölle? Was kommt da jetzt, mieses? Ein Endgegner? Ich glaub, Conclusion ist er jetzt schon. Ha! Anfänger! NICHT! Ach, 750 Punkte! Der glaubt, er könnte es mit mir aufnehmen. Der macht sowas von unrecht. Das glaubt ihr gar nicht. Was ist überhaupt in dem Raum da drüben? Oh, ein Quad-Laser. Boah, ich hab mir gemerkt, dass man mit T-Energie konvertiert. Ich bin so gut. So richtig gut. Ohoho! Hm. Sonst nichts mehr. Aber, wenn hier wütend was ist, dann... Da drüben! Boah, ich bin so gut. Oh, mein Afterburned. Ähm. Vergess den letztens. Gut. Dann können wir hier mal wieder rausgehen. Und uns in diesen! Boah! Schreck mich doch nicht immer so... Oh, da ist die blaue Keycard übrigens. Hä? Ich hab Schaden genommen. Durch was? Schau erst mal noch, was hier so ist. Aber ich will ein Gegner und eine geschlossene Tür. Ich liebe automatisch das Schließen der Türen. Oh, ein Kloakendevice. Was ist das denn? Ja, ich springe mich selbst in die Luft. Ich bin wieder der Klügste sowieso. Ahaha, ich hab dich gesehen, Kleiner. Nicht mit mir, Baby. Ahaha. Kloaken. Die Ficke. Ach, so wird mir Energie geboostert, okay. Was ist da oben noch? Geiseln vielleicht? Irgendwas von Interesse von weh? Hey! Die blaue Keycard wird angezeigt. Abschluss? Hier, da ist einiente spinnert. Ich kannetsy nobastisch. Ich bin begeistert. Ah, die ganze Katte. Komme ich in die Sache?